Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin momentan bei 68.750 US-Dollar. Es hat sich über das Wochenende überhaupt nichts getan. Wir sind in einer absoluten Seitwärtsphase in den USA. Es ist heute Feiertag. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch nicht sehr viel an Volumen oder News auch noch von dort kommen beziehungsweise könnte es ein sehr, sehr ruhiger Tag werden. Trotzdem lohnt es sich auf jeden Fall auf den Chart zu gucken, nachdem wir, sag ich mal, unser Top fast erreicht haben hier oben, wo wir prognostiziert haben. Wir haben noch etwas Luft. Trotzdem mal gucken, wie wir uns dann im Laufe des Tages noch positionieren können. Gehen wir möglicherweise short. Was ist mit meinem Long, den wir letzte Woche noch eröffnet haben? All das werden wir auf jeden Fall im heutigen Update-Video besprechen. Natürlich auch einen Blick auf Ethereum, auf die Stocks und auf den Forex-Marktwerfen. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonnet den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr wie immer kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch eine Börse zum Traden sucht, dann kann ich euch nur meine Partnerbörse BingX empfehlen. Dort könnt ihr immer noch Stocks traden, Krypto, Forex und es gibt momentan wieder ordentlich Boni, auch für KYC und sonstige und ein Einzahlungsevent. Also es gibt momentan eine Menge Aktionen da. Link dazu, Videobeschreibung beziehungsweise in der Kommentarspalte. So, jetzt aber rein in die Analyse. Ich würde sagen, wir beginnen mal auf dem 1-Stunden-Timeframe. Ihr könnt euch daran erinnern, letzte Woche, das hier unten war so der Long-Einstieg bei 66.900 US-Dollar. Da habe ich euch dann gesagt, okay, ich mache meinen Stop-Loss auf Entry. Ging ein paar Stunden gut bis so ungefähr 14, 15 Uhr. Dann wurde ich auf Stop-Loss-Entry hier ganz, ganz knapp hier wieder ausgestoppt. War ein bisschen, ja, ein bisschen bescheiden, um es mal so auszudrücken. Das heißt, ich bin nicht mehr in der Position, war ich ein bisschen zu optimistisch mit dem Stop-Loss-Entry am Freitag schon. Daraufhin gab es dann eben den Schuss nach oben. Wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, von der Preisspanne von hier aus bis zum Top-It, sage ich mal, wären es gute 4% gewesen, wer noch drin ist. Trotzdem nehmt ihr auf jeden Fall jetzt trotzdem mal mindestens einen zweiten Take-Profit raus. Und für alle, die dann immer noch in dieser Position drin sein sollten, für mich weiterhin hier oben eher dieser Short-Entry bei knapp 69.800 US-Dollar. Warum? Wenn wir in den 4-Stunden-Time-Film gehen, sehen wir, dass hier oben dann die Ineffizienz beginnt, beziehungsweise wir hier oben zwei größere Supply-Zones haben. Deswegen als Hedge hier eigentlich perfekt. Ihr lasst ungefähr 25 bis 30% von der Long-Position offen und macht dann mit gleicher Positionsgröße eine Short-Position hier oben in diesem Bereich auf. Einen Stop-Loss würde ich dann aber hier oben bei ungefähr 71.200 US-Dollar legen. Das heißt, hier über dieser nächsten Ineffizienz, beziehungsweise über dieser nächsten Supply-Zone. Für alle, die keine Position mehr offen haben, würde ich momentan ehrlich gesagt eher davon abraten, in diesen Bereich rein zu shorten. Und zwar haben wir momentan, wenn wir uns das, ich komme mit dem neuen Trading-Through, komme ich da nicht so wirklich klar, gefällt mir überhaupt nicht. Haben wir zwar momentan so ein bisschen einen kleineren Downtrend vor uns liegen, aber, und jetzt kann mir irgendjemand in den Kommentaren sagen, ob man das hier wieder so aufmachen kann, dass das dauerhaft hier oben bleibt, weil das geht mir richtig auf die Eier, das sage ich euch jetzt mal ganz ehrlich. Ansonsten hätten wir nämlich auch hier so ein kleines Inverse Head & Shoulders, auch wenn man dazu sagen muss, wie sie kommen aus einer Aufwärtsbewegung und nur dieser ganz kleine Downtrend jetzt zu sagen, okay, Inverse Head & Shoulders ist ein bisschen zu weit hergeholt. Trotzdem sollte man es erst einmal ein bisschen im Blick halten. Mein übergeordneter Plan ist weiterhin, daran hat sich nichts geändert, dass wir hier hoch eben in diesen Preisbereich kommen, also in unseren Short-Bereich kommen und von hier aus dann, genauso wie ich es hier eben eingezeichnet habe, nochmal einen größeren Abverkauf, in Anführungszeichen größeren Abverkauf in Richtung 63.000 US-Dollar nach unten hinbekommen. Das wäre dann auch für mich, beziehungsweise für alle, die jetzt noch keine Long-Position offen haben, nochmal eine Möglichkeit hier unten eine Long-Position zu eröffnen. Ansonsten werfen wir mal so einen ganz großen Blick über alles. Seit März hat sich eigentlich im Chart überhaupt nichts getan. Das heißt, wir sind jetzt seit drei Monaten knapp in einer kompletten Seitwärtsphase zwischen 60.000 bis in der Spitze, wo wir unser Top hier oben gefunden haben, bei knapp 74.000, aber die Range geht bis ungefähr 71.000. Das heißt, wir traden seit drei Monaten zwischen 60.000 und 71.000 US-Dollar mit eben hier diesen kleinen Fake-Out, was wir jetzt hier erst vor kurzer Zeit hatten, Anfang Mai, wo halt eben dieses Wyckoff-Pattern sehr, sehr gut passen würde für ein bullisches Break-Out nach oben hin, der uns dann in Richtung knapp 80.000 oder 90.000 US-Dollar führen würde. Hierfür müssen wir aber früher oder später erstmal aus dieser Range ausbrechen. Das kann sich jetzt noch über den ganzen Sommer ziehen. Ihr wisst, Sommerloch passiert sowieso sehr, sehr wenig. Newstechnisch momentan eigentlich auch sehr, sehr ruhig. Wir haben Wahlkampf, sollte so langsam aber sicher dann beginnen. Im Herbst sind dann die Wahlen bis dahin, sollte sowieso dann deutlich, deutlich mehr passieren. Und Trump setzt derzeit voll auf Krypto. Das heißt, Kryptowähler könnte auch dann für 2025, was ja auch immer noch so ein bisschen mein Plan ist oder wo wir auch Anfang des Jahres schon drüber gesprochen haben, dass der Bullrun so bis 2025 geht, bevor dann möglicherweise ein größerer Crash allgemein, global, dann erst kommt. Das mal so meine groben Aussichten. Und das, wie gesagt, jetzt auch erstmal die Trades, die geplant sind. Ansonsten, wie sieht es bei Ethereum aus? Also Ethereum kämpft jetzt hier wieder mit diesem letzten Hoch. Derzeit, die Vergenz wird hier auf jeden Fall gleich wieder dazukommen. Wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, sollten wir nochmal ein höheres Hoch kriegen. Sehen wir es hier unten im RSI, hätten wir ein tieferes Hoch im RSI. Volumentechnisch ist jetzt auch erstmal so ein bisschen die Luft raus. Also wir sehen auch hier absinkendes Volumen, gefällt mir jetzt eigentlich auch nicht. Nur geht hier einfach nicht Short. Das Risiko hier für irgendeinen Short reinzugehen, wäre mir persönlich weiterhin ehrlich gesagt zu hoch. Wir haben nach unten hin einen perfekten Long-Einstieg. Sollten wir hier runter nochmal in Richtung 3.180 US-Dollar kommen, wäre für mich immer noch der erste Einstieg. Shorten würde ich hier nicht. Für mich nächster Zeitpunkt würde dann eher hier oben liegen bei 4.117 US-Dollar. Wo wir hier drüben natürlich noch dieses Top haben, kann ich nochmal einzeichnen. Und dann auch für diesen Monat, muss man natürlich dazu sagen, nächsten Monat im Juni, Juni ist ja jetzt auch schon bald, haben wir dann neue Pivot Points. Aber derzeit wäre das hier momentan eher so dieser Hochpunkt. Sollten wir dann hier noch die Divergenz dazukriegen, wäre es natürlich doppelt gut. Das heißt, dass wir hier einen Doppeltop reinkriegen. Über Wochen hinweg einen Doppeltop mit dieser Bearish Divergence plus diesen Pivot Point und dann einen größeren Abverkauf. Würde auch vielleicht dazu passen, dass Bitcoin dann in Richtung 63.000 US-Dollar abfällt. Ja, gehen wir mal rüber zu den normalen Märkten, in Anführungszeichen normalen Märkten zu Gold. Da haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen, dass wir hier vor allem in diesem Preisbereich 2.316 US-Dollar momentan den Long geplant haben. Wir haben hier unten natürlich auch unsere Range. Wir haben hier unten eine Demand Zone, also heißt eine schönere Support Zone in diesen Überschneidungen zwischen Rot und Grüner Candle. Volumentechnisch geht das Volumen deutlich zurück, also es würde sehr, sehr gut weiterhin dazu passen, dass wir eben unseren Long-Einstieg dann hier unten in diesem Preisbereich kriegen. Das heißt, heute nochmal leichterer roter Abverkaufstag hier runter, dann Long-Position und dann zumindest mal eine Recovery in Richtung 2.400 US-Dollar, wo wir uns dann nochmal entscheiden könnten, geben wir hier oben Short oder wird einfach die Position nochmal ein bisschen vergrößert, beziehungsweise weitere Profite genommen. Also hier hat sich zu letzter Woche überhaupt nichts geändert, das bleibt weiterhin der Plan. Gehen wir mal zum deutschen Aktienmarkt, zum DAX auch hier. Wenig Veränderungen jetzt auch, wie gesagt, wir haben in den USA heute Feiertag. Die Frage ist, ob dann hier sehr, sehr viel Volumen noch dazu kommen würde. Wir können uns hier trotzdem mal ganz kurz das FIP-Level dazu ziehen, das heißt von unserem letzten Tief bis zu unserem Top. Würde sogar einigermaßen Sinn machen, wenn wir uns das mal ganz kurz angucken. Dieser Preisbereich um 18.230 Punkte mit Überschneidung im Golden Pocket hier in diesem Preisbereich plus vorher, wo wir immer wieder hier ein bisschen Struggle hatten in diesem Preisbereich, könnten wir uns überlegen im Laufe frühestens am Dienstag, ich würde heute nicht, wenn die US-Märkte zu haben, hier in keine Position reingehen, aber vielleicht dann im Laufe des Dienstags sollten wir hier nochmal einen Abverkauf kriegen, hier in der Long-Position, um dann den Trend nach oben hin fortzusetzen. Ansonsten gehen wir noch rüber zum Euro gegenüber dem US-Dollar, hier weiterhin in unserer, ja, einerseits Flaggenformation, andererseits so ein bisschen Falling, Broadening, Wedge. Ziel ist weiterhin hier oben einfach dieser Preisbereich 1,091 beziehungsweise 1,089, einfach um hier dieses Doppeltop zu kriegen, beziehungsweise unser Top hier oben mit dieser Supply-Zone-Widerstandszone reinzubekommen, um dann hier unseren Short zu triggern. Ansonsten, ja, war es das eigentlich schon wieder, Altcoin-mäßig tut sich sehr, sehr wenig, brauchen wir auch weiterhin nicht darauf eingehen, die Position, die ich geplant habe, beziehungsweise die Long-Position, die geplant sind oder größeren Spot-Positionen, die sind noch meilenweit entfernt. Ich warte hier immer noch auf eine Entscheidung von Bitcoin, bevor wir hier ins nächste Altcoin-Update-Video eintauchen. Aber gut, schauen wir mal, was diese Woche passiert, ihr könnt es gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr denkt, was diese Woche so noch kommt, ansonsten würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen und wir hören uns, denke ich, dann morgen wieder. Bis dahin, wünsche euch einen guten Start, lasst es euch gut gehen, ciao, ciao und wie immer, stay quick.